So, ich bin richtig hyped, was das Ding angeht. Das ist voll geil. Wart ihr das? Dieses Musikstück ist komplett von einer KI erstellt worden. Ja, ihr habt richtig gehört. Unser neuer Beethoven ist ein Computer. Und ihr könnt es komplett gratis direkt im Browser testen oder für den vollen Umfang bei euch auf dem Rechner. Dieser musikalische Computer heißt Music Gem und ist das Baby einer Gruppe von richtig schlauen Wissenschaftlern bei Facebook Research. Sie haben ein Paper namens Simple and Controllable Music Generation veröffentlicht und wir werden heute ein kleines bisschen nerdig und tauchen mal tiefer in diese Materie ein. Denn wir haben ja bereits auf dem anderen Kanal darüber gesprochen, dass Meta einfach gerade das neue Open Source Unternehmen für KI wird. Und wie wir es wirklich anwenden, habe ich euch ja auch schon diese Woche gezeigt. Ihr findet beide Videos natürlich in der Endcard verlinkt, weil ich natürlich möchte, dass ihr dieses Video auch komplett zu Ende guckt. Das ist nämlich anders, geht mehr auf die technischen Details ein und trotzdem spannend. Ah, und an der Stelle kurz ein Hinweis, denn ich werde nächste Woche Freitag am 30. Juni in Hamburg sein. Dort findet nämlich wieder der ITCS statt. Man möchte fast sagen, ein Festival für Informatiker. Es fängt alles an mit einer verrückten Jobmesse, mit riesigem Programm und hört in einer gigantischen Feier auf. Auch die Keynotes kann ich mir dieses Mal sogar geben. Die werden auch wieder sehr spannend. Wir werden dort, wenn alles gut läuft, einige Coding Challenges auch noch veranstalten. In einem Format, das ihr mit ein bisschen Glück dann auch hier bald auf dem Kanal finden werdet. Es ist alles sehr experimentell und ich bin deswegen ITCS sehr dankbar dafür, dass sie mir die Möglichkeit geben, das alles mal auszuprobieren mit euch live. Und deswegen würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn ihr kommt. Wir haben ja auch ein bisschen Zeit, da zu schnacken und gemeinsam einfach über die Messe rüber zu laufen. Eintritt ist für euch komplett kostenlos. Und wenn ihr dann noch Dinge tun müsst morgens, dann könnt ihr natürlich auch einfach am Nachmittag dazu stoßen. Deswegen, bis Freitag. Okay Leute, jetzt lasst uns endlich nerdig werden. Was ist eigentlich Musikgenerierung? Nicht unbedingt das nerdigste Thema. Wir kommen zu den Details. Nun, im Grunde genommen ist Musikgenerierung der Prozess, bei dem ein Computerprogramm oder eine KI Musikstücke erstellt. Das klingt recht einfach, aber haltet eure Pferde, es ist ein bisschen komplizierter als das. Denn, dass Musik am Rechner erstellt wird, ist so neu wie ein Smartphone. Allerdings, in der Welt der KI Musikgenerierung gibt es verschiedene Ansätze. Einige Modelle versuchen zum Beispiel Musik auf der Grundlage von Noten zu generieren. Sie bauen uns also MIDI mit, eben genau dem. Fun Fact, das geht in ChatGPT auch. Ich hab's probiert. Während eine andere Möglichkeit ist, auf der Ebene von Rohaudiodaten zu arbeiten und direkt fertige Musik zu bauen. Und dann gibt's noch die dritte Variante, wo versucht wird, die Struktur und das Timing von Musik zu modellieren, indem sie Musik in eine Art Tokensystem umwandeln, die dann von einem Modell verarbeitet werden kann. Und ja, unsere Superstars von Facebook Research haben sich für den Tokenansatz entschieden. Sie haben ein Modell namens MusicGen entwickelt, das auf einer komprimierten, diskreten Darstellung von Musik arbeitet. Ihr könnt euch das beispielsweise vorstellen wie eine Art musikalischer Morse-Code, der die Musik in eine Form übersetzt, die eben das Modell verstehen kann. Und es wird noch ein bisschen besser. MusicGen ist nicht nur irgendein Musikgenerierungsmodell, es ist ein Transformer-Language-Modell, das über mehrere Streams dieser Music-Tokens arbeitet. Ihr könnt euch das so vorstellen wie ein Dirigent, der mehrere Instrumente gleichzeitig dirigiert, um ein harmonisches Ganzes zu erzeugen. Moment mal, Transformer, wo haben wir das schon mal gehört? Ach richtig, ChatGPT funktioniert genau so. Also ja, man könnte sagen, wir haben hier einen ersten Ansatz für das ChatGPT der Musik. Nur halt ein bisschen kleiner. In ChatGPT stecken Billionen Parameter. Hier sind es niedrige Milliarden. Dazu aber nachher mehr. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum ist das so spannend? Naja, Musikgenerierung ist nicht nur ein cooler Party-Trick, sondern hat das Potenzial, die Art und Weise, wie wir Musik erleben und erstellen, grundlegend zu verändern. Stellt euch vor, ihr könntet eure eigene persönliche Band in eurem Rechner haben, die jederzeit bereit ist, ein neues Stück nach genau euren Vorgaben oder Wünschen zu komponieren. Oder stellt euch vor, ihr seid ein Musiker und könntet mit einer KI zusammenarbeiten, um neue innovative Klänge zu erzeugen, die ihr einfach vielleicht nie selbst entdeckt hättet. Aber es geht nicht nur um die Musik selbst. Musikgenerierung kann auch dazu beitragen, die Art und Weise zu verändern, wie wir Musik studieren und verstehen. Indem wir Maschinen beibringen, Musik zu generieren, können und müssen wir eigentlich sogar tiefer in die Struktur und das Wesen von Musik eintauchen. Und so könnten wir vielleicht sogar ein paar neue musikalische Formen und Stile entdecken. Aber dann gibt es da noch die Seite, die euch wahrscheinlich interessiert. Und das ist natürlich die technische Seite. Musikgenerierung ist eine unglaublich komplexe Aufgabe, die wir bislang nicht wirklich gut hinbekommen haben. Sie erfordert eine Menge anspruchsvoller Techniken aus den ganzen Bereichen von KI über maschinelles Lernen. Und wenn wir also Fortschritte in der Musikgenerierung machen, dann treiben wir dadurch natürlich auch gleichzeitig die gesamte KI-Forschung an. Also, insgesamt natürlich, egal ob ihr Musikliebhaber, Musiker oder Technik-Nerd seid, es gibt eine Menge Gründe, warum das da richtig spannend wird. Jetzt, wo wir alle aufgeregt sind, lasst uns mal einen kurzen Moment innehalten und über die ganzen Herausforderungen in der Musikgenerierung sprechen, die in diesem Paper angegangen werden müssen. Denn wie bei jedem guten Abenteuer gibt es auch hier ein paar Drachen zu besiegen. Zum einen ist da die Frage der Daten. Musik ist wirklich vielfältig in ihren Genres und wie sie gemacht wird. Und sehr komplex. Es gibt keine Formel, um immer einen guten Song zu produzieren. Und um ein Modell zu trainieren, das all diese Vielfalt und Komplexität erfassen kann, braucht man eine richtige Menge an Daten. Und nicht nur das, diese Daten müssen, und das ist tatsächlich sehr spannend, legal und ethisch einwandfrei sein. Daten, die einfach gestohlen sind, will ja niemand wirklich verwenden. Nicht wahr, Midjourney? Naja, das ist aber eben nicht immer einfach zu gewährleisten. Besonders, wenn man bedenkt, dass die meisten Musikdatenbanken einen starken Bias hin zu westlicher Musik haben. Und K-Pop. Und J-Pop. Naja, dann gibt es aber auch noch technische Herausforderungen. Musikgenerierung erfordert die Modellierung von sehr langen Sequenzen und die gleichzeitige Berücksichtigung von mehreren Musikströmen. Man muss ja im besten Fall mehrere Instrumente gleichzeitig spielen lassen und die dann auch noch aufeinander abstimmen. Wäre relativ doof, wenn die Gitarre und das Schlagzeug gleichzeitig ihr Solo haben, nicht wahr? So, und schließlich gibt es noch, wie gesagt, diese ethischen Herausforderungen. Aber nicht auf den Daten, sondern insgesamt. Könnten generative Modelle beispielsweise eine unfaire Konkurrenz für Künstler darstellen? Wie können wir sicherstellen, dass diese Technologie allen zugänglich ist und nicht nur einer Handvoll Elite-Tech-Giganten? Aber ja, wie gesagt, unsere Helden von Facebook Research sind bereit, diese ganzen Herausforderungen öffentlich zu teilen. Also, lasst uns ansehen, was sie da so gemacht haben. Okay, also, MusicGen. MusicGen ist ein Transformer-Language-Model, genau wie ChatGPT, das halt auf mehreren Strömen von komprimierten, diskreten Musikdarstellungen arbeitet. Stell euch das wie eine Art musikalischen Morse-Code vor, wie gesagt, der die Musik in eine Form übersetzt, die das Modell verstehen kann. Das sind dieses Mal die Tokens. Aber was macht MusicGen jetzt so besonders? Naja, im Gegensatz zu früheren Arbeiten besteht MusicGen aus einem einzigen Transformer-Language-Model. Zusammen mit effizienten Token-Interleaving-Mustern. Komme ich gleich dazu. Das bedeutet, dass es nicht notwendig ist, mehrere Modelle hintereinander zu kaskadieren, also hintereinander auszuführen, um diese Musik zu generieren, weil dabei ist immer ein bisschen was kaputt gegangen und am Ende kam ein komisches Rauschen raus, wie man das zum Beispiel vielleicht bei Refusion gehört hat. Okay, stattdessen kann also MusicGen in einem einzigen Schritt hochwertige Musikstücke erzeugen, was die ganze Sache auch nochmal ein bisschen schneller macht. MusicGen verwendet eine Methode, wie gesagt, die sich Codebook-Interleaving-Patterns nennt. Das klingt jetzt erstmal kompliziert, aber keine Sorge. Stell dir vor, du hast eine Reihe von Code-Büchern, die jeweils verschiedene Aspekte der Musik kodieren. In MusicGen gibt es mehrere solcher Code-Bücher für jeden Zeitschritt eigentlich. Eine Möglichkeit, diese zu nutzen, wäre jetzt erstmal alles flach zu machen, also zu flattenen, vielleicht die Leute, die schon mal mit ein bisschen KI gebaut haben. Also, zuerst das erste Code-Buch des ersten Zeitschritts vorhersagen, dann das zweite Code-Buch des ersten Zeitschritts vorhersagen und so weiter und so fort. Aber, naja, das würde halt die Komplexität ein bisschen erhöhen und einen Teil des Gewinns, das wir eben durch eine niedrigere Abtastrate haben wollen, würden wir wieder verlieren. Und hier kommt dieses Interleaving ins Spiel. Anstatt alle Code-Bücher nacheinander abzuarbeiten, können wir ja einige von ihnen einfach parallel vorhersagen. Das bedeutet, dass wir nicht für jedes Code-Buch einen separaten Schritt machen müssen, sondern eben mehrere auf einmal bearbeiten können. Das ist zwar nicht ganz so genau, wie das vollständige Abarbeiten aller Code-Bücher nacheinander, aber es ermöglicht uns, die ursprüngliche Abtastrate beizubehalten, was das Training und die Inferenz vor allem erheblich beschleunigen kann. Sprich, wir müssen nicht Jahre warten, bis wir neue Musik haben, sondern nur ein paar Minuten. Und insbesondere bei langen Sequenzen macht das einen Riesenunterschied. Man könnte also sagen, wir spielen die Instrumente wirklich gleichzeitig und nicht nacheinander. Aber das ist noch nicht alles. MusicGen kann nicht nur Musik generieren, sondern es kann sie auch auf bestimmten Bedingungen einstellen. Das bedeutet, es kann Musik erzeugen, die auf einer textuellen Beschreibung basieren, quasi wie Text to Musik, aber es kann auch melodische Merkmale mit reinmischen. Stellt es euch so vor, ihr könnt einfach sagen, erzeugt mir bitte ein 90er Jahre Rocklied mit einem Gitarrenriff und voila, MusicGen liefert. Wir können jetzt allerdings auch noch eine Melodie vorgeben, die ebenfalls mit reingearbeitet werden soll. Wie das funktioniert? Naja, es ist quasi wie ein menschlicher Komponist zum Beispiel. Ihr könnt eine Melodie bei euch hören, in eurem Gehirn haben und die dann eben mit einbauen in euren Song. Das nennt sich Inspiration. MusicGen verwendet dazu eine Technik namens Melody Completion. Das bedeutet, dass es eine gegebene melodische Phrase nimmt und dann die passendste aufeinanderfolgende Phrase in einem gegebenen Satz von Kandidaten dafür findet. Stellt euch das ein bisschen wie ein musikalisches Puzzle vor. Bei MusicGen wird dann das fehlende Stück gefunden und das passt dann am besten zu der gegebenen Melodie. Aber wie genau macht MusicGen das? Naja, wie gesagt, es gibt eine Reihe von Codebüchern, die verschiedene Aspekte der Musik kodieren. Ihr seht, auf denen basiert irgendwie alles. Jedes dieser Codebücher repräsentiert eine andere Dimension der Musik. Also nicht unbedingt nur die Instrumente, sondern eben auch die Melodie, den Rhythmus oder die Harmonie. MusicGen nimmt dann eben die gegebene Melodie, übersetzt die in eine Codebuchrepräsentation und hat die quasi schon als gegeben. So, und dann nehmen wir einfach das, was wir haben und bauen darauf auf. Sprich, wir bauen uns die anderen Codebücher, so, dass sie eben zu diesem einen gegebenen Codebuch passt. actually fällt mir gerade auf, das könnte eigentlich auch klappen, wenn man das mit Harmonie macht. Also, dass man quasi eine Harmonie vorgibt. Das ist wahrscheinlich ein bisschen schwieriger als bei einer Melodie. Naja, anyways. Wir nehmen dann also diese Melodie und suchen uns in unserem riesigen Datensatz nach einer passenden Phrase, die zu dieser Codebuchrepräsentation passt. Aber das ist immer noch sehr ähnlich, wie das, was eigentlich ChatGPT tut. Nur, dass wir halt Musik beziehungsweise Codebücher für Musik statt Text vorhersagen lassen. So, und jetzt schauen wir einmal ganz kurz nach, wie MusicGen eigentlich diese ganzen Herausforderungen aus der Musikproduktion mit KI bewältigen kann. Wir haben es ja vorhin schon besprochen. Erinnert ihr euch an die Herausforderungen mit den Daten? Naja, MusicGen hat das Problem gelöst, indem sie einfach eine riesige Menge an Daten verwendet haben, um das ganze Modell zu trainieren. Wirklich viele. Aber das Beste daran ist, all diese Daten haben sie aus legalen und ethisch einwandfreien Zwecken. Also eigentlich kein Drache hier, sondern mehr ein Haufen glücklicher tanzender Einhörner. Zumindest fast. Die Daten stammen nämlich alle aus dafür vorgesehenen Trainingsdaten. Hätte Meta das Projekt natürlich in Japan gestartet, hätte es gar kein Urheberrecht gegeben, aber da sind sie selbst schuld. Naja, das Modell wurde auf 20.000 Stunden lizenzierter Musik trainiert und umfasst interne Datensätze von circa 10.000 hochwertigen Musikstücken, sowie die Musikdatensammlungen Shutterstock und Pond5. Das ist ganz schön beeindruckend und ja, ganz schön schlau gelöst. Was die technischen Herausforderungen angeht, hat MusicGen einige ziemlich spannende Tricks auf Lager. Erinnert ihr euch an das Jonglieren mit mehreren Bällen, weil so viele Codebücher? Naja, das haben sie im Endeffekt mit Bravour gemeistert durch ihr Token Interleaving. Dadurch ist es möglich, mehrere Musikströme gleichzeitig zu modellieren. Und es macht das so gut, dass es die Anzahl der autoregressiven Zeitschritte im Vergleich zum Flattening-Ansatz, wo wir erst alles auf eins reduzieren, insgesamt reduziert. Also tatsächlich eine beeindruckende Show an sich. Und was ist mit den ethischen Herausforderungen? Naja, das überlasse ich mal euch in den Kommentaren. Künstler können MusicGen als leistungsfähiges Werkzeug zur Musikgenerierung nutzen. Es ermöglicht die Erzeugung von Musik, die auf Text oder Melodie konditioniert ist. Das bietet Künstlern die Möglichkeit, ihre kreativen Ideen vielleicht in neuen musikalischen Kompositionen umzusetzen, indem sie einfach beschreibende Texte oder sogar Melodien als Eingabe verwenden. Darüber hinaus bietet MusicGen zwar eine durchaus hohe Qualität der generierten Musik und ermöglicht eine effiziente Kontrolle über das generierte Output, aber naja, es ist halt nicht perfekt und man muss auf jeden Fall nochmal danach ran. Und ja, neue Genres, wilde Mixes, das geht alles schon, aber halt nicht in Studio Qualität, wie wir das vielleicht auf Spotify oder YouTube Music erwarten könnten, sondern eher als Inspiration. Aber wie gesagt, das Netz hat etwa ein Tausendstel der Daten und Parameter von GPT-4 und wie gut es dann wird, wenn wir wirklich so hoch skalieren, das würde mich wirklich interessieren. Und um ehrlich zu sein, ist das auch nur eine Frage der Zeit. Vor allem jetzt, da das Modell wirklich Open Source ist und die ganze Trainingsmethode und die Technik hinten dran auch. Also, ja, was meint ihr? Musikbranche demokratisiert oder eher ein Super-Tool für die Marktmacht von Spotify? Was sagt ihr? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Und vor allem, habt ihr es schon ausprobiert? Durch Einschränkungen wie keine Stimme müssen wir wenigstens das noch selber machen. Naja.